Hellstone! Ja, ne, wie sieht jetzt? Feuermord. Ist nicht gut. Scheiße. Give Hellstone. Viel Spaß mit dem Wasser übrigens, Tom. Ist es überhaupt schon mal unten angekommen? Nein. Und dann weißt du ja noch nichts von deinem Glück. Hellstone! Hellstone! Hellstone, 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 hellstone... Wasser, 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 Wasser... Noch ist immer noch nix da. Aber ich glaub, bald haben wir genug für alle. Ich glaub... Ist das dann die besten Items oder gibt's dann immer noch bessere? Hä, das Wasser verschwindet irgendwie unterwegs. Das verteilt sich. Jetzt kommt das erste Wasser. Hier unten war ein kompletter Lavasee-Clayme. Damit du dir vorstellen kannst, was wir hier... Okay. ...was ich hier ausgeprudelt hab. Ich grab mal ein bisschen mit. Dani, erinnerst du dich noch, was hier unten für ein Lavasee war? Dann weißt du, wieviel ob sie die auch nicht jetzt haben. Ja, warte, guck mal, was ich jetzt mache. Ich loot jetzt auch hier. Ähm, wenn das gehen würde. Ich baue einfach mal die Lava hier weg, die soll nach unten fließen. Kleber kommt Lava. Nein! Ich hab so einen Block weggemacht, an dem ich gerade gegrabt hab. Aber wieso fließt das Wasser nicht? Hilf mir, Tom. Hilf mir. Das Wasser steht. Keine Ahnung wieso. Das ist physikalisch unmöglich. Ich glaub, der Server denkt sich, fick dich, ich muss zu viel berechnen. Ich mach das jetzt viel langsamer. Das Wasser steht in der Luft, geil. Okay. Der auch mit der Lava, die bewegt sich hier nur sehr langsam, all. Oh nein, da war so ein Millimeter. Oh mein Gott, wieso sterbe ich denn nicht? Millimeter Schicht Lava. Na, du es nicht kannst. Ja, dafür kannst du auch schon sterben. Ja, Hauptsache Lava nicht. Stirb, Fire Amp. Stirb! Jetzt kommt aber langsam das Wasser an. Wow. Merkst du irgendwas davon? Nö. Okay. Es verschwindet einfach unterwegs. Ich hab hier die Lava fluten lassen. Für Obsidian. Egal, ich glaub, ich kann jetzt erstmal ordentlich Hellstone herstellen. Äh, Hellstone Barren meine ich sogar. Uiuiuiuiui. Jaja. Und zwar habe ich jetzt 37 Hellstone Barren. Das dauert ewig, äh. Irgendwie. Toll, wieder tot. Molten Ham Axe. Fiery Greatsword. WTF? 34 Damage. Und Molten Pickaxe. 100% Pickaxe Power. Hä? Ich mach mal ne Mol... Ich brauch 35. Erstmal Defense holen. Ja, ich hol mir. Oh ne, erstmal die Molten Pickaxe. Das ist doch Defense, das willst du noch? Noch mehr. So, schaut euch das hier mal an, ey. Ich kann instant irgendwelche Steine kaputt machen. Geil. Ey, yo, bin ich grade eben gestorben? Nein. Wirklich nicht. Übelst viel Wasser. Dani was lane. Dani was lane. Äh, steh ich bei euch hier? Da stand doch gerade Dani was lane. Hey Dani, schau dir mal mein neues Stück an. Dein neues Stück? Dein bestes Stück. Schau, wie ich die... wie ich die Dinger abbaue, in welcher Geschwindigkeit. Achso. Dann hol ich mir noch das Molten Arm aus. Ich bin schon wieder slain. Aua. Da unten es steht Lava. Find mir grade auf. Was? Dass da unten Lava einfach steht. Ja, stimmt. Stell mich mal auf so'n Hellstorm drauf. Das ist, äh, korrekt. Das ist unpraktisch. Äh, craftest du wieder irgendwas? Na, ich hab ja schon grad eben diese Achse crafted. Die hat 34 Hellstones gefressen. Oder 35. Barren meine ich. Alter, mach dir doch nen Pickaxe. Hab ich doch! Ey, die leuchtet aber. Macht mir auch mal ein bisschen Hells. Ja, natürlich leuchtet. Machen wir die Pickaxe. Nein! Hau mal mit der Pickaxe. Ah ja, okay, das ist so. Was? Wo bist du überhaupt? Ich seh' nicht ehrlich. Ich seh' auch meine Feuer-Pickaxe ab. Huah. Nein! Ich steh' mir auch meine Feuer-Pickaxe. Verdammter Mist! Was ist mit Feuer... Was ist mit Feuer-Pickaxe? Ich fall' hier ständig in irgendwelchen Mist rein. Mann! Hup nach unten! Hup nach unten! Wuuuuh! Wuuuuh! Dani war slain. Noch nicht. Irgendwie bach das rum, aber bei mir stetig wurde geslain. Jetzt wurde ich geslain. Oh mein Gott, das Spiel kann in die Zukunft gucken. Yay! Das ganze Wasser steht hier. Das ganze Wasser steht in der Luft. Das ganze Wasser steht in der Luft. Ey, wir haben unseren Luft gecraftet, endlich! Ey, what the fuck! Wollten wir nicht einen Luft haben? Was? Wir haben im Luft gecraftet? Du meinst das Wasser, oder wie? Ja, mit dem Wasser. Ja, ich hab' das Gefühl, dass so langsam das Wasser sich ein bisschen schneller nach unten bewegt. Ohhhh. Dieses Mistviech. Äh, da kommen noch Blöcke von oben. Von wo kommen die Blöcke? Freut mich nicht. Ach, Clemy. Der ist halt da oben. Baust du gerade irgendwas ab oder so? Mh-mh. Ich falle. So. Falle. Falle. Jetzt. Hier rüber. Hier rüber! Na! Kommt da Mist! Da hoch. Danke sehr. 500 Meter. Ah, ich hab's geschafft. Oh, hier war noch Lava. Oh, hier war noch Lava. Was? Ja, keine Ahnung. Ah, das Wasser, das bewegt sich mal wieder. Oh ne, da kommt die nächste Portion. Ah, Luft holen. Ja, unten kann man aber gut abbauen, muss ich sagen. Ah, hi, Clemy. Hallo. So, ich hab diesen Boden des Todes endlich, endlich entfernt. Kannst du übrigens auch runterkommen. Oh nein. Den Boden des Todes. Und die Millimeter hohe Lava drauf stand. Ne, die ist immer noch da. Ne, ist hier nicht. Doch. Ne. Doch, sonst wäre hier jetzt nicht gestorben. Bist du aus Dummheit gestorben, ich sterb hier unten nicht. Ich grab mir hier ein bisschen weiter runter. Der Wurm ist gerade in dem Moment verschwunden, wo ich ihn berührt hab. Da hat er Angst bekommen. Ne, aber er ist einfach weg gewesen plötzlich von einem Augenblick auf den anderen. Hier läuft definitiv zu viel Wasser runter, Leute. Zu viel. Ja. Nein. Okay, das ist ein bisschen zu krank für mich. Die verschwindet das Obsidian einfach. Allein schon die Axt, die ich hier hab. Allein die Spitz-Axt macht den übelsten Damage. Mit der mach ich schon mehr Schaden, die mit allem auf den Feuering machen. Dass ich das Obsidian gar nicht abbauen kann. Hm? Bei mir kommen die Blöcke gar nicht. Wie? What the fuck? Keine Ahnung, ich kann nix abbauen, nix machen. So. Tom, brauchst du noch 20 Obsidian? Ja, ich brauche, ich brauche alles. Ich brauche vor allem Hellstone. Ich will mir das komplette Hellstone-Set craften. Und so werde ich das komplette Hellstone-Setup. Kann ich hier auch ordentlich überleben. Weil die Hellstone-Sachen bringen so einen kranken Vorteil. Ich krieg das alte. Ja, du kriegst meinen alten Scheiß. Ja, ich brauche nur die Brustplatte. Also, dann habe ich das komplette Set. Okay. Let's see. Ich kann jetzt schon mit der... Ich will auch lieber das Feuer-Set haben. Das ist viel besser. Das leuchtet, wenn man geht. Das tut das Dark-Set auch. Was? Was? Du bist gestorben. Geil. Hä? Was ist da? Ich habe übrigens so einen fetten Wurm getötet mit meiner Spitzhacke. Ist krank, was die bringt. Das ist einfach nur krank. Und nun? Was macht ihr beiden eigentlich gerade? Ich sterbe. Hier gerade. Boah. Ihr solltet mal sehen, wie viele von den Viechern hier sind gerade. Das solltet ihr echt mal sehen. Sekunde. So, Zeug machen. Und... 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 Boah. Alter. Tom was slain. Wisst ihr, wie viele Wichtel da gerade waren? Das waren mindestens... 10... 15. Okay. Vielleicht nicht ganz. Aber ne Menge. Wie viel von dem Erz habe ich jetzt eigentlich? Geh. Ne. Leider nicht. Also kommen die nicht mit Dynamit abbauen. Ach, das Wasser ist jetzt fertig runtergelaufen. Ich versuche mal ein bisschen Obsidian herzustellen. Yay. Obsidian brauchen wir jetzt eigentlich keins mehr. Jetzt brauchen wir nur noch Hellstown. Okay. Egal, ich baue trotzdem Obsidian ab, weil ich Sound sowieso nicht aushalte. Alter, was geht denn hier ab? Dreckblock. Von allen Seiten solche scheiß Feuerkugeln. Ich sag ja, das ist voll krank, was da für Viecher sind. Hallo und willkommen zurück. Wir haben hier geschnitten, weil es wirklich extrem langweilig war, diese extremen Menge an Hellstown abzubauen. Das Spiel mag mich gerade nicht, weil es laggt. Und wir sind hier unten am unteren Ende des Bildschirms angekommen, wie ihr seht. Tatsache, wir haben das untere Ende des Spiels erreicht. Und ich bin gleich tot, weil dieser komische Wurm einen unglaublichen Schaden macht. Aua. 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 Den Tränk benutzen. Boom. Wow. Ich hab's überlebt. Aber Tatsache ist, wie ihr seht, geht's halt. Das ist wohl auch eine Tatsache. Ich komm hier nicht raus. Daher benutze ich den Spiegel. Ich hab auch schon fast komplette Hellstown-Rüstung. Und... Rein theoretisch müsste ich... Komm schon. Mach, 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 mach. So, ich bin gleich wieder da. Müsste ich... Jetzt komplette Hellstown-Rüstung haben. Perfekt. Und ich ziehe einen brennenden Schweif hinter mir her. Und gleichzeitig sieht die Rüstung tot hässlich aus. Ich steck mal die hier da rein. Und... Würde fast sagen... Hat irgendjemand von euch noch Obsidium? Weil dann kann ich dann noch meinen restlichen Hellstown-Warren geben. Ja, hab ich. Okay. Und... Wir werden uns jetzt auf die Suche machen nach den Meteoriten, die runtergefallen sind. Um da auch noch etwas reißen zu können. Und eventuell irgendwelche geheimen Schätze zu finden. So, da kriegst du erst noch meinen restlichen Obsidian und Hellstown-Warren. Äh... Moment, jetzt hab ich dir meinen Obsidian gegeben. Dämonitärzt, Dämoniten-Bar... Brauchen wir alles nicht mehr. Silver-Bar...